Wir von Aldi Suisse stellen uns eine Welt vor, in der jedes Kind genug zu essen und sauberes Trinkwasser bekommt. Und alle Kinder in einer kinderfreundlichen Umgebung gross werden. Leider können nicht alle Kinder überall auf der Welt so unbeschwert aufwachsen. Das ist Melina. Sie isch zwei. Melina leidet unter Mangelernährung. Sie kommt zu wenig Nährstoffe über. Melina wird immer schwächer und ist anfällig für Krankheiten. In Malawi geht es vielen Kindern so wie Melina. Das Kinderhilfswerk UNICEF hilft Melina und anderen Kindern mit dem Nährstoffpulver Sprinkles. Schon mit einem Franken kann ein Kind zwei Monate mit Sprinkles versorgt werden. Auch in der Schweiz ist UNICEF aktiv und unterstützt die Gemeinden, die Schweiz noch kinderfreundlicher zu machen. Sichere Schulwege, kindergerechte Spielplätze und Mitbestimmung. Das brauchen die Kinder. Damit die Kinder überall auf dieser Welt gesund und sicher gross werden und ihre Fähigkeiten voll entfalten können, unterstützt ALDI-SWISS die beiden Programme UNICEF. Helfen auch Sie mit! Beim Kauf einer Tasche mit dem UNICEF-Logo darauf, spendet ALDI-SWISS an UNICEF. Achtet Sie bei Ihrem Einkauf auf weitere Produkte mit dem UNICEF-Logo. Mehr Infos unter heute-für-morgen.ch Einfach ALDI Man 1 Begrübel Begrübel In Aus Begrübel Begrübel